Es mutet wie der Trailer für einen Politthriller an. Doch in diesem Fall meinen es die Darsteller ernst. In einer Videokampagne sprechen sich Hollywood-Promis neben US-Bürgern gegen die Praktiken der NSA aus. Schauspieler John Cusack und Regisseur Oliver Stone warnen vor einem Überwachungsstaat, der die Demokratie in die Knie zwingt. Auch US-Whistleblower und Friedensaktivist Daniel Ellsberg mahnt den Lauschangriff der Geheimdienste auf Bürger an. Zusammengestellt wurde der Clip für Stop Watching Us. Einer seit Juni existierenden Bürgerrechtskampagne von mehr als 100 US-Organisationen. Sie fordern eine vollständige Untersuchung der Überwachungsprogramme der NSA. Im Netz schlägt das Video derweil bereits ein. Führende Blogs und Nachrichtenseiten verbreiten es weltweit. Auf YouTube haben es innerhalb eines Tages 500.000 abgerufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017